... der Kommunikation mit den Spitzenvertretern des Bezirkes, der Region und mit Behörden und Sozialpartnern. Sie sind heute unsere Ehrengäste, damit wir im Anschluss möglichst viel Zeit haben zum Kommunizieren und meine Stimme, deshalb auch heute erstmals mit Mikrofon, lasst im Moment nicht zu, dass ich großartige Reden halte. Deshalb ganz kurz die Begrüßung nur. Ich werde auch nur ganz wenige Persönlichkeiten begrüßen, weil es wären so viele da. Ich müsste jeden Einzelnen begrüßen. Aus dem Grund darf ich nur an meiner Seite hier als Vertreter der Wirtschaftskammer Steiermark den Vizepräsidenten, Fachgruppenobmann der Personenvertreter und Personenbetreuer Österreichs und auch gleichzeitig Wirtschaftsbundobmann des Bezirks Volzberg, Herrn Andreas Herz, sehr, sehr herzlich begrüßen. Applaus